Moin moin zusammen, ich bin's mal wieder der Cheesy und heute nicht mit einem gewöhnlichen interessanten YouTuber, sondern einem großen Shoutout. Es haben mich schon viele Leute gefragt, ob ich sie denn vorstellen könnte bei interessanten YouTuber und so weiter, aber ich kann natürlich nicht allen zusagen, aber ich habe ihnen versprochen, ich werde ein großes Video machen, in dem ich alle mal ansprechen werde und das wird dieses große Shoutout-Video, wie ihr hier gut erkennen könnt. Jo, dann fangen wir auch gleich an, und zwar zum ersten German Help Toots. Kann ich jetzt, wie gesagt, nicht so viel dazu sagen, man sieht's am Namen Tutorials, einfach mal drauf gehen, Link zu allen Kanälen findet ihr in der Beschreibung und guckt mal bei denen vorbei. Als nächstes, einen, den ich auch selber kenne, der Bachgau-Boy, da schaut ihr wirklich mal bitte vorbei, Tutorials, Reviews, Unboxings, Infovideos, was weiß ich, der macht alles, ist wirklich super, hat auch gerade ein Giveaway am Laufen, also guckt da vorbei und schaut seine Videos an, kommentiert sie und bewertet sie auch. Dann, Graphics Cube, genau das gleiche, auch wieder Reviews, Unboxings und Tutorials, guckt auch einfach da mal vorbei und auch das Abonnieren und das Kommentieren nicht vergessen. Als nächstes, German Help Out. Tutorials, ganz klar, auch vorbeigucken. Also dieses German und Help in Kombinationen beim Namen ist schon sehr beliebt, das fällt mir hier extrem auf. Mich gleich nochmal erinnern. iTunes German, wie der Name auch wieder sagt, Tutorials, auch da bitte vorbeigucken. Dann, der iPod-Experte gehört zu iTunes German, wenn ich mich nicht irre, ist ein zweiter Kanal, von dem der iTunes German betreibt. Guckt auch da vorbei, wie gesagt, Links findet ihr in der Beschreibung. Dann, der 0915-Phil, kenne ich auch schon länger, er ist der, wie er selber sagt, offizielle 11. September-Channel und, ja, es sind eben Verschwörungstheorien zum 11. September und was eben passiert ist und so weiter auf seinem Channel. Guckt mal vorbei, wenn euch das Thema interessiert, dann abonniert ihn. Dann, zum letzten auf diese Folie, Vegas Center. Auch da mal vorbeigucken, macht Intros, wenn ich mich richtig erinnere, bin mir nicht sicher und so weiter. Dann geht's weiter mit der zweiten Folie, und zwar German Girl Eyes, Tutorials, nein, Reviews und Unboxings, genau, auch da vorbeigucken. Dann, Trick Forever, man sieht's, iPod Touch, App Reviews, dann Unboxings, Tutorials, nein, Tutorials, keine, Reviews und so weiter. Auch da vorbeigucken und abonnieren. Und gleichzeitig dazu, sein zweiter Kanal, Terabyte Tutorials, guckt auch da vorbei, auch den bitte abonnieren. Wie gesagt, Links in der Beschreibung. Dann, die Pinguin-Ente, hatte ich ja schon mal als Ente287b vorgestellt, das ist ein neuer Kanal. Er macht YouTube, entschuldige, falls ich es jetzt falsch sage, YouTube Poops, Poops, P-O-O-P. Ich weiß nicht genau, wie man's ausspricht, egal. Guckt da bitte vorbei, es ist wirklich saulustig, ich lache mir jedes Mal den Allerwertesten ab und guckt mal vorbei bei die Pinguin-Ente. Als nächstes, der 007-Tob-007, es sind, glaub, Comedy-Sketcher oder Bildbearbeitung-Sketcher, bin mir nicht sicher. Auch einfach mal vorbeigucken. Dann, The King Onur, keine Ahnung, tut mir leid, guckt einfach mal vorbei, ich weiß grad selber nicht, was er macht. Dann, zum vorletzten, glaub ich, die Camper13. Vielleicht kennt ihr noch, lief früher auf RTL was, die Camper, diese Serie, der hat, glaub, so ziemlich alle Folgen auf seinem Kanal. Schaut vorbei, wenn ihr die Serie gemocht habt oder wenn ihr mal eine neue Serie sehen wollt. Und zu guter Letzt, gerade eben über Twitter noch reingekommen, sozusagen, iScreencast, wie der Name auch schon sagt, Screencasts. Und, ja, guckt auch bei ihm mal vorbei, wirklich sehr guter Channel, der könnte echt mal ein paar Abonnenten gebrauchen. Und, jo, abonniert auch ihn bitte. Ja, das war's. Ups, kommt ja zweimal. Das war's von diesem ersten Shoutout. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und vergesst nicht, Kommentar hinterlassen. Fünf Sterne, das wäre wirklich nett, wenn ihr auch dabei wart. Und wenn ich dabei war, tut mir leid, sowas wird mal wiederkommen. Und dann kriegt ihr auch eure Chance, sozusagen. Ja, das soll's von mir gewesen sein. Euer Cheesy. Hau da rein.